so ich habe ja bis jetzt noch kein sound gemacht reagierte eigentlich auf audio die man im spiel jetzt verschwinde schon der riecht mich was soll denn spaß denn und so schlimm rieche ich nicht ich habe geduscht willkommen zurück das war wie sind die denn ausgebrochen doch wie 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 So, damit sollte es doch gehen, oder? So, damit sollte es doch gehen, oder? So, damit sollte es doch gehen, oder? So. 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 äh, da. Und die Chess. Und die Chess. Und die Chess. Und die Chess. Ich hab noch diese Playlist. Wow. Und die Chess. 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 So sind die entkommen. 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 Ich mach das. Uah. Nein. Gott sei Dank. Jo, ähm, ich werd hier mal abchillen. So. Oh. 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 Ich glaube, ich weiß, was die brauchen. Äh, der Karko. So. Ich glaube, die brauchen ein Beehive. Oh, Dark. Äh, Dark. Bote. 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 Musik 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 Dann kommt jetzt noch ein Baby Klava. 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 So. Okay. 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 Mal gucken. Mal gucken. Okay. 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 Warum kommen die jetzt hier nicht raus? Ich habe das Gefühl, dass ich hier nicht rauskomme. Oh. Die Musik ist auch sehr komisch. Äh, sassi. Ja, das war aber überhaupt nicht erfolgreich. Oh ja, sehr sass. Aber ich brauche nicht irgendwas sassiges, sondern suspicious wäre wichtiger. Leider. Breeding Items. Ich komme wieder. so bbbbb Amen. 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 Oh, die bleiben da auch noch drin. Amen. Amen. Wow. Amen. Amen. Ja, hier ist echt Pimmelberger angesagt, ey. Ja, hier bin ich. Oh. Ja, hier bin ich. 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 Hier bin ich. Ja, hier bin ich. Ja, hier bin ich. Ja, hier bin ich. Ich bin ich. Ja, hier bin ich. Ja, hier bin ich. Ja, hier bin ich. Untertitelung des ZDF, 2020 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 So Ne, die waren schon draußen Es kann sein, dass es schon wieder dunkel ist Ne Aber die schwärmen irgendwie nur zwei oder dreimal täglich Dafür braucht man dann das Ähm Upgrade Das hier Das Speed Upgrade Dann sind die weniger im Hive Sondern fliegen mehr draußen rum Nur dafür haben wir die Ressourcen aktuell nicht Also besonders diese Honeycombs Untertitelung des ZDF, 2020 Nee, du kannst, soweit ich weiß, kannst du keine Bienen spawnen lassen. Äh, doch. So habe ich ja die Sassy Bees bekommen, aber man kann die leider nicht im Spawner benutzen und du kannst auch diese von Mobgrinder, diesen Watte-Dingens hier, den Q-Tip, kannst du nicht an Bienen benutzen. Sollte-Dingens hier. Okay, das könnte ich bauen. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt zu lange dauert, also länger dauert, als wenn ich jetzt hier einfach warte. Leider dürfen wir in der Overworld keine Forced Chunk Loading machen für diesen Bereich. Deswegen will ich eigentlich jetzt hier den Suspicious Sand Clay bekommen, dass ich das freischaufeln kann. Und dann direkt in die Bastion wechseln und dort dann Soul Sand setzen und die Konstruktion dann. Und ja, aber wir können mal eben kurz in Breeding gucken. Ghostly, Magmatic, Glowing, Gold, Glowing, Gold, Crystalline. Wieso sind die nicht eingefangen worden? 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Und jetzt kommen die Bienen auch nicht mehr raus. Aber ich brauche ja die Honeycombs. Ja, ich brauche noch ein Honeycombs. Und dann kann ich ein Speedupgrade bauen. Ja, ich brauche noch ein Honeycombs. Ja, da war ich auch schon am überlegen. Weil du brauchst hier so große. Und das kriegst du aus Berries. Die kriegen wir relativ easy. Und du brauchst Trichlyceride. Das kannst du machen mit Carbon, Oxygen und Hydrogen. Okay.